... und bläst er sich auf. Und was ist mit Ihrer Frau? Wieso? Was soll mit meiner Frau sein? Das ist doch Ihre Frau, da neben Ihnen. Ja. Bei Mercedes-Benz gibt es den Airbag jetzt auch für den Beifahrer. Die Welt ist schön für gesunde und aktive Kinder. Und um aktiv zu sein, brauchen sie eine Menge Vitamine und Traubenzucker. Und beides ist in Nimm 2. So naschen unsere Kinder Bonbons, die sie mögen, und Vitamine, die sie brauchen. Nimm 2. Vitamine und Naschen. Die Kritiker erfreute es seinerzeit weniger, dafür aber umso mehr das zahlende Publikum. Gemeint sind die berühmt-berüchtigten Eis am Stielfilme, die in den 70er Jahren mehr als 100 Millionen Dollar einspielten. Bei uns allerdings brauchen Sie dafür nicht in die Tasche zu greifen. Wir liefern Ihnen diese Filme frei Haus. Sechs Stück an der Zahl, und zwar ab dem kommenden Montag. Flapsige Sprüche und heiße Rhythmen, die Kennzeichen von Eis am Stiel. Und natürlich auch die drei Hauptdarsteller, die gerade in jenes Alter kommen, in dem man zum ersten Mal seine Männlichkeit erprobt. Der Montag also verspricht Heiterkeit, dafür wird es jetzt umso ernster. Vom Dienstag her kennen Sie die 7-Millionen-Dollar-Frau, vom Donnerstag den 6-Millionen-Dollar-Mann, und dafür gibt es dann heute den 4,5-Billionen-Dollar-Vertrag. Ein spannender Krimi mit hochkarätiger Besetzung. Lili Palmer, Mario Adolf und Michael Caine. Ich wünsche Ihnen spannende Unterhaltung. Lili Palmer, Mario Adolf und Michael Caine.